Ich habe da null Erwartungen. Ich bin komplett enttäuscht von dem, was aus Bioware geworden ist. Herzlich willkommen zum 4Players Talk. Matthias und ich, wir wollen heute über Bioware und Anthem sprechen. Da hat es gerade die Meldung gegeben, dass die Entwickler alles andere als zufrieden waren, um es mal freundlich auszudrücken. Dass es eine kopflose Führung gab und zahlreiche Probleme bei der Entwicklung dieses Science-Fiction-Abenteuers, das Matthias für uns getestet hat. Ja, und viele der Sachen, die jetzt im Nachhinein rausgekommen sind, hat man im Spiel halt auch gespürt. Es wirkte gerade auch für Bioware-Verhältnisse und für den Stammbaum, den Bioware mit seinen Spielen hat, wirkte es erstaunlich seelenlos. Und jetzt im Nachhinein weiß man halt auch, wieso. Ja, wir wollen euch aber ein bisschen mitnehmen in die Vergangenheit auch, denn hier sitzen zwei Redakteure, die sich sehr intensiv mit den Spielen von Bioware beschäftigt haben. Deswegen wollten wir ein bisschen auf die Geschichte dieses Studios schauen und uns dann so langsam ranrobben an den Status Quo mit Anthem. Bioware wurde 1995 in Edmonton gegründet und war über viele Jahre eines meiner Lieblingsstudios und ich glaube, du hast auch deinen Spaß gehabt. Ich habe auch meinen Spaß gehabt mit Bioware-Spielen, allerdings erst ein bisschen später, die ersten großen Sachen, Baldur Skate und so weiter, habe ich nicht mitgenommen, weil das einfach nicht so ganz meine Art von Spiel war. Diese Gruppen-Taktischen Rollenspiel-Auseinandersetzungen, die haben ja auch dann noch auf dem D&D-Regelwerk basiert und so weiter. Ich bin dann mit Neverwinter Nights bin ich zu Bioware gekommen und habe dann natürlich später auch auf Konsolen sehr, sehr viele Bioware-Titel. Jade Empire. Jade Empire, Knights of the Old Republic. Interessant an der Geschichte dieses Studios ist folgendes. Der Erfolg gründet sich zu einem größten Teil auf der Leidenschaft von vor allem Greg Zeschuk und Ray Mazika, die in ihrem eigentlichen Job, das waren ja Medizinstudenten zunächst, dann sogar Doktoranden, die haben sogar noch während ihrer Anfangszeit behandelt als Ärzte. Und die haben in dieser Zeit eine Software entwickelt, die Magen-Darm-Probleme frühzeitig erkennen konnte. Damit haben sie 100.000 Dollar gemacht mit ihrer ersten Software und diese 100.000 Dollar waren der Grundstock, um Bioware zu gründen. Und Shattered Steel kam dann raus als erstes Spiel, so ein mehr schlecht als rechtes Mech-Abenteuer. Aber wie du schon gesagt hast, Baldur's Gate war dann das erste Spiel, das wirklich aus dieser Leidenschaft der Pen-and-Paper-Rollenspieler entstand. Denn die beiden haben das sehr gerne D&D gespielt und haben aus dieser Konzeption heraus dann Baldur's Gate entwickelt. Mit dem zweiten Teil dann, der das Ganze nochmal auf ein neues Niveau brachte. Aber Bioware war für mich deshalb als Rollenspieler damals schon eine Erfüllung, weil dieses Prinzip, dieses isometrische Prinzip war recht cool damals. Und dazu haben sie halt auch, und das wird heute sehr, sehr häufig vernachlässigt in solchen Rollenspiel, Party-Interaktion. Das war eigentlich eines der Hauptdinge, mit denen Bioware auch in den folgenden Jahren immer wieder punkten konnte. Sei es jetzt bei Jade Empire, sei es auch bei Dragon Age Origins, war auch eine fantastische Party-Interaktion. Und beide haben immer betont, wir wollen die besten erzählenden Spiele machen und du hast Star Wars Knights of the Old Republic erwähnt. Das war für mich im Jahr 2003 der absolute Höhepunkt innerhalb der Bioware-Historie, weil sie da genau diese Party-Interaktion, trotz der Tatsache, dass es ein Lizenzspiel war, auf ein neues Niveau gebracht haben, inklusive moralischen Entscheidungen, Rachemotive. Das war schon richtig, richtig gut. Und eigentlich deutete alles darauf hin, dass Bioware einer der erfolgreichsten Entwickler von Rollenspielen dann auch bleiben wird. Aber dann kamen so die ersten Brüche in die Historie. 2005, Pandemic und Bioware verschmelzen in dem sogenannten 300-Millionen-Dollar-Deal, von dem damals alle dachten, meine Herren, was wird denn das für ein super Studio? Dazu muss man sagen, Pandemic hat damals unter anderem Spiele wie Full Spectrum Warrior gemacht oder auch Destroyer of Humans. Sehr, sehr coole, teilweise ein bisschen abgefahrene Sachen, aber in jeder Hinsicht richtig, richtig cool. Oder dann auch Mercenaries, war auch ein richtig cooles Open-World-Spiel von Pandemic. Später, im Laufe ihrer Geschichte, kamen dann auch eher schwache Sachen dazu. Und das hat letztlich sicherlich auch dazu geführt, dass Bioware irgendwann von EA angegangen wurde. Ja, das war damals eine Sensation, diese Nachricht. Und wir haben uns auf Spieldesign-Ebene gefragt, wir beide haben diskutiert, du hattest Full Spectrum Warrior getestet. Und dann hast du auf der anderen Seite Rollenspiele, Erzählende wie Star Wars Knights of the Old Republic, Neverwinter Knights und Co. Wie, man hat sich gefragt, wie soll das zusammengehen, was kann da rauskommen? Und wir waren natürlich eher optimistisch, aber du hattest Electronic Arts erwähnt. Dieser 300-Millionen-Dollar-Deal, der wurde von einer Kapitalgesellschaft eingefädelt, deren Chef John Ritchie Tjello hieß. Der war da noch nicht bei EA. Nachdem er diesen Deal eingetütet hat, wurde er Chef von EA und hat da richtig was Schönes mitgebracht, nämlich Bioware und Pandemic. Und dann begann eigentlich, zumindest hinter den Kulissen, noch nicht auf der Veröffentlichungsebene, weil es kamen noch einige gute Spiele, wie Mass Effect zum Beispiel. Auch das Online-Rollenspiel Star Wars The Old Republic war jetzt prinzipiell auch nicht schlecht. Konnte sich zwar auch nie wirklich gegen die Konkurrenz von damals durchsetzen, einfach natürlich World of Warcraft, hat aber trotzdem durchaus Achtungserfolge erzielen können. Und ich habe es auch tatsächlich relativ lang gespielt. Ja, allerdings war das dann schon ein Status 2005. 500 Mitarbeiter, verteilt auf, ich weiß gar nicht, 5, 6 Studios oder noch mehr, die zu handeln waren. Und spätestens als die Sache dann von EA unter Dach und Fach gebracht worden ist, die relativ berühmt dafür waren, dass sie kreative Studios, Bullfrog Origin, Westwood, anyone, an die Wand fahren. Ja, und das haben sie ja kurz darauf dann auch mit Pandemic zum Beispiel geschafft. Der Saboteur war das letzte Spiel von Pandemic, danach wurde das Studio geschlossen. Und wenn man jetzt den Sprung in die Gegenwart macht mit Bioware, sieht es ja auch gerade nicht so prickelnd aus, unter anderem durch die Geschichte mit Anthem. Ja, und dann hat man Bioware mit Mythic zusammengelegt, nachdem man Pandemic geschlossen hatte, also mit einem Online-Rollenspielentwickler. Damals waren Online-Rollenspieler quasi die Goldgrube für die Entwickler draus. Man hat gedacht, man kann mit Online-Rollenspielen wirklich die Welt erobern, ähnlich wie heute mit Battle Royale und Co. oder mit Lootboxen. Aber auch das sollte nicht so ganz aufgehen. Und dann kam auch die erste Meldung, dass die beiden, Greg und Ray, die mit ihrer Leidenschaft für Rollenspieler eigentlich gestartet sind und uns beide begeistert haben, dass die doch gar nicht so zufrieden waren. Ich erinnere mich an diese Aussage von Greg Zeschuk schon zwei Jahre nach der Übernahme. Das ist wie in so einer Ehe, hat er gesagt. Da läuft nicht von Anfang an alles so klar. Man muss sich aneinander gewöhnen, wenn man zusammenzieht. Man weiß noch nicht so genau und das Badezimmer muss man sich auch teilen. Oder andersrum, die beiden haben da schon verlauten lassen, über Greg jetzt, dass diese Beziehung mit EA doch recht diffizil war. Ja, und das hat letztlich dann eben auch dazu geführt, dass beide das Unternehmen verlassen haben, sich durchaus fürstlich entlohnen ließen. Und ich glaube, Greg war es, der dann eine Brauerei aufgemacht hat. Ja. Und damit ist er wahrscheinlich deutlich glücklicher als mit dem, was Bioware jetzt gerade macht. Das war 2012, als die beiden ihre Firma verlassen haben. Das war auch eben eine ganz schöne, fette Nachricht für uns. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und Electronic Arts hat daraufhin auch die Führung komplett ausgetauscht, gewechselt. Dann gab es hin und her, dass Mitarbeiter, kreative Mitarbeiter gegangen sind, nachdem die beiden auch weg waren. Und letztlich wurde Musiker zum Beispiel dafür verantwortlich gemacht, dass Star Wars The Old Republic, das Online-Rollenspiel, das immer als kostenpflichtiges, startete. Letztlich wurde es dann aber auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt. Es floppte. So. Und die Verantwortung dafür hat Electronic Arts eben zum größten Teil Ray Musica zugeschoben, der eigentlich schon als Kandidat bei EA galt, für den CEO-Posten. Beide sind dann letztlich von der Bildfläche verschwunden. Und Spiele wie Mass Effect oder Dragon Age Origins, die haben ja nochmal beide gezeigt, zu was das Studio fähig ist. Bloß hinter den Kulissen begann mit der Konzeption der darauf folgenden Spiele, die wir beide verfolgt haben, dann eigentlich schon der Niedergang von BioWare. Das erste Spiel, das diesen Niedergang so symbolisierte, wobei man vorsichtig sein muss, aber BioWare war eben an der Spitze. BioWare war ein Studio, was bei uns Awards quasi fast sicher hatte. Und dann kam Mass Effect 3 und das hat nicht nur bei uns im Test, es hat gut abgeschnitten mit 75%, aber international gab es da zum ersten Mal für BioWare einen Shitstorm aufgrund des Endes, weil die Fans nicht zufrieden waren. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Spielewelt hat ein Entwickler reagiert und tatsächlich ein Extended-Cut-DLC angeboten, um das Ende nochmal ein bisschen... Also quasi das Ende fanfreundlicher nachgepatcht. Richtig. Und das war schon seltsam, zumal dann auch Dragon Age Inquisition herauskam, für mich das Schlimmste, was BioWare je verbrochen hat, auch mit der niedrigsten Wertung bei uns. Da hat man wirklich gemerkt, ich sehe mein altes Studio nicht mehr, die alte Leidenschaft ist nicht mehr da. Die Leidenschaft war nicht mehr da, die Visionäre waren nicht mehr da. Es gab keinen, der irgendwie gesagt hat, okay, da wollen wir jetzt hin, das machen wir, das ist unsere Vision. BioWare wurde mehr oder weniger zu einem Spielball von EA-Produzenten, die gesagt haben, das brauchen wir jetzt von euch. Ihr seid jetzt quasi nur noch Auftragsentwickler und wir stempeln den Namen drauf. Und das hat man gemerkt, die Spiele wirkten, auch die Charaktere wirkten austauschbar. Ich erinnere mich, in Dragon Age, das ist halt viel, die Schauwerte standen auf einmal im Vordergrund, die alte Dialogqualität war nicht mehr so spürbar. Spätestens da wusste ich, also als Dragon Age Inquisition auf dem Markt war, dass das nicht mehr BioWare ist. Das ist nicht mehr das Studio, das mit seiner Leidenschaft so erfolgreich geworden ist. Und jetzt kommen wir zu Anthem. Du hast Anthem getestet. Ja, viele Probleme, die sich über die Jahre hinweg nach und nach in den Spielen von BioWare gezeigt haben, haben sich dann in Anthem deutlich größer manifestiert. Die Story war zwar gut, aber es fehlten markante Figuren. Schauwerte waren da, aber dann auch wieder nicht, weil Abwechslung gefehlt hat. Alles wirkte ein bisschen diffus. Man wusste nicht ganz genau, wo man hin wollte. Möchte man sich jetzt an klassische Action-Rollenspiele anschmiegen oder geht man doch Richtung Destiny und so weiter. Und es passt da einfach irgendwie vieles nicht zusammen. Das ist auch ein guter Stichpunkt, Destiny. Ich erinnere mich auch an die ersten Ankündigungen zu Anthem. Da war das noch so, dass in der Außendarstellung gesagt wurde, wir haben Inspiration unter anderem geschöpft aus Fortnite. Also ein BioWare sagt, wir haben Inspiration geschöpft aus Fortnite. Ich habe mich da schon für Anthem gar nicht mehr interessiert. Dann gab es auf der E3 2017 die ersten Spielszenen, wo sich jetzt herausstellt, wenn wir den 18 Mitarbeitern, die befragt worden sind, aber nicht genannt werden wollen, aber die relativ valides Material mit hoher Aussagekraft geliefert haben, Glauben schenken mag, dann war das ein Fake-Video eigentlich. Was sagst du eigentlich dazu im Nachhinein? Ja, es waren Elemente in dem Video, die dann nicht im Spiel waren. Aber das kann häufiger passieren, dass Sachen irgendwo in der Präsentation gezeigt werden, dann wieder rausgenommen werden, weil es irgendwie nicht ins Gesamtkonzept passt oder so. Trotzdem sind natürlich jetzt mit diesen Befragungen dieser Mitarbeiter viele, viele Sachen ans Licht gekommen, die erklären, wieso Anthem in sich so brüchig, so unfertig auch dann letztlich war. Es fängt ja damit an, du hast Destiny genannt, dass das angeblich hinter den Kulissen Destiny No-Go war. Das durfte innerhalb des Entwicklerteams gar nicht argumentiert werden. Stattdessen wollte man sich an Diablo 3 orientieren, was für mich jetzt komplett diffus alles wirkt. Denn für uns war es von Anfang an so. Ja, schon das war, als wir den ersten Trailer hier gesehen haben, haben wir gesagt, das ist EAs Versuche auf den Zug von Destiny aufzuspringen. Das war irgendwie komplett klar und das allerdings, obwohl offensichtlich ja sehr viele Mitglieder des Teams lange Zeit nicht gewusst haben, was sie da eigentlich für ein Spiel machen, was das Grundkonzept des Spiels war. Das ist einer der Hauptvorwürfe in diesen Enthüllungen, die kopflose Führung und die fehlende Vision, dass manche Mitarbeiter tatsächlich erst mit dem Erscheinen des E3-Trailers, das muss man sich mal vorstellen, ungefähr wussten, wie das Spiel final aussehen soll. Also die wurden gar nicht mit ins Boot geholt. Und apropos Aussehen, ich meine, Patrick Söderlund, damals DICE-Chef, hat dann auch das Spiel gesehen und gedacht, Leute, wie sieht das denn aus? Ja, also der Chef von DICE hat sich Anthem angeschaut und war nicht so angetan. Die Frostbite Engine wurde ja eingeführt bei BioWare zum ersten Mal mit Dragon Age Inquisition. Geholfen hat es dem auch nicht. Und letztlich hat dann Söderlund eine Taskforce von DICE engagiert, die dann bei BioWare dafür sorgen sollte, dass das Ding gut aussieht. Man muss auch mal die Psychologie innerhalb der Teams dann beachten. Klar sind das viele unterschiedliche Studios. Edmonton hier, dann in den USA gibt es Studios und so weiter, die wohl auch konkurriert haben. Und dann kommt einer und sagt, hör mal, sieht das scheiße aus? Ich mach's dir mal hübsch. Ja, aber gerade auch diese Stücke-Kommunikation, das zeigt das eigentlich strukturell, ob das jetzt bei BioWare oder ich glaube aber eher bei EA, dass da strukturell etwas falsch läuft, weil andere große Publisher, nehmen wir mal jetzt ein Ubisoft, setzt auch an Assassin's Creed oder an Division 2 zig namhafte Studios. Die wissen aber alle, woran sie arbeiten und haben auch eine Vision, weil der Producer da einfach ein Auge drauf hat, der als Regisseur einfach da ist und guckt, dass die alle ihre Arbeit so machen, wie es die Vision erfordert. Und das fehlte bei Anthem. Ja, für mich, ich hab das Gefühl, seitdem Zeschuk und Musiker weg sind und das zieht sich komplett durch, hab ich Gesichter an der Spitze von BioWare, die einfach auch irgendwo austauschbar sind, die nichts mehr mit dem Thema Rollenspiel, Erzählung, Storytelling zu tun haben, die einfach irgendwelche Manager von EA sind, die das Ganze führen und leiten sollen. Dann hast du ja auch die Personalwechsel auf relevanter Ebene gehabt, also Casey Hudson, er ist weg, dann wieder gekommen. Dann hast du, nachdem BioWare diesen Shitstorm zu Mass Effect bekam, Mass Effect 3, und dann das Ende nachgeliefert hat, sind ihnen ja sogar noch namhafte Entwickler zur Seite gesprungen, wie Ken Levine, Bioshock, der sagte, Leute, das ist wie bei einem Roman, wenn jemand eine Story erzählt, dann ist es sein Ding, wie er die beendet, da habt ihr keinen Einfluss. Aber da fing das schon an, finde ich, dass BioWare die Außenwelt, das Feedback von draußen, die Fans, die User mit ins Boot geholt hat, um seine Entwicklung beeinflussen zu lassen. Das hast du ja dann teilweise auch hier gehabt, mit den ganzen Umfragen, die sie gemacht haben. Und dann gleichzeitig intern so eine Zerrissenheit, Tabu-Worte, wie Destiny, kein Lied in Sachen kreativer Vision. Ja, oder dann, sie haben gesagt, wir orientieren uns ein bisschen an Fortnite, wo es ja dann auch darum geht, die ganzen Skins, die man ja natürlich gegen Geld, gegen Echtgeld, in Mikrotransaktionen kauft, dass man die den Usern präsentiert. Und dann kommen sie irgendwann auf den Trichter, dass sie, abgesehen von den Missionen, in denen man zu viert unterwegs ist, ja eigentlich überhaupt keinen Ort hat, wo man diese Rüstung und so weiter präsentieren kann, sodass dann nachträglich noch ein Raum eingebaut wurde von EA Motive, wo sich dann die ganzen Spieler treffen können und ihre Rüstung präsentieren. Der auch außerhalb des Spiels liegt, der eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang herstellt. Dieser Online-Nexus quasi, wo du dann zeigen kannst, wie du aussiehst. Ja, aber auch nichts anderes machen kannst. Ja, du zeigst deine Rüstung und von da gehst du dann wieder zu anderen Missionen. Also es ist vollkommen aufgesetzter Bullshit. Du hast, es ist wie so ein Flickenteppich des Designs dann auch. Ich erinnere mich, dass du das im Test auch angesprochen hast, dass es nicht so richtig durchdacht ist, dieses Feature. Und da sieht man ja schon, je mehr Leute von außen und von innen mit unterschiedlichen Erwartungen, Perspektiven an so eine Entwicklung gehen und auch dann berücksichtigt werden in Sachen Entscheidungen, desto schlechter ist es natürlich. Da fehlt dann diese eine Vision, diese eine leidenschaftliche Zielsetzung. Da wollen wir hin. Und stattdessen, und das ist natürlich der Fluch letztlich von Electronic Arts, deswegen sind so viele kreative Studios da einfach gestorben. Wenn der Gewinn und der Umsatz das Einzige ist, was alles überschattet und fast alles überdeckt, dann kannst du mit Kreativität nicht mehr viel erreichen. Also es gibt natürlich auch Gegenbeispiele oder Studios, die ihrer Leidenschaft treu geblieben sind. Und das ist auch ein Stück BioWare-Geschichte, der wir ja zum Beispiel jetzt das nächste große Projekt zu verdanken haben, Cyberpunk. Die Jungs von CD Projekt Red, die Polen, haben mal mit der Aurora Engine, die in Neverwinter Nights von BioWare Premiere feierte, ein kreativer Baukasten für Fantasy-Rollenspieler, haben die ihren ersten Witcher produziert und sie waren große Fans von BioWare. Und das Motto von CD Projekt Red ist übrigens, wir wollen qualitativ hochwertige Spiele machen für leidenschaftliche Rollenspieler. Das haben sie bis heute hinbekommen, wurden eben nicht von Electronic Arts gekauft. Also publishen sie ja dann selbst und können so ein Projekt wie Cyberpunk umsetzen. Und das muss man sich mal vorstellen, BioWare war mal da, wo CD Projekt war. Und das hat sich komplett gewendet, das Blatt. Was erwarten wir denn jetzt eigentlich noch von BioWare? Gut, ich warte, ich erwarte, ich warte im Moment immer noch auf den eigentlich im März startenden Akt 1 zu enden. Der ist immer noch nicht da. Ja, klar, die haben in der Zwischenzeit hier gepatcht, da gepatcht, viel an der Benutzerführung gearbeitet und so weiter, haben das Ganze auch ein bisschen zugänglicher gemacht mittlerweile. Ich habe nochmal reingeschaut. Ja, aber wenn dann solche wichtigen inhaltlichen Sachen einfach nicht kommen, obwohl sie zugesagt werden, ist das schon wieder der nächste Punkt, wo die Fans sagen, ey Leute, wisst ihr was, irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Und die 18 Befragten haben auch gesagt, dass die Inhalte, die zum Start da waren, künstlich gestreckt wurden. Und auch das merkt man dem Spiel an, dass im Endgame eigentlich immer nur die gleiche Schleife abläuft, ohne dass irgendwas Neues passiert. Und die DNA, die Wurzel dessen, die erzählerische Qualität, die Partyinteraktion, die Dramaturgie, all das ist nur noch so ein entferntes Flackern irgendwo in einer Mission. Ich habe zum Beispiel, ich spiele seit fünf Jahren keine Spiele mehr von BioWare. Anthem hat mich total gelangweilt von Anfang an. Ja, aber es kommt doch ein neues Dragon Age. So, da sind wir beim nächsten Punkt. Da muss man eher Angst bekommen als Rollenspieler, in welche Richtung das jetzt nun wieder geht. Ich habe da null Erwartungen. Ich bin komplett enttäuscht von dem, was aus BioWare geworden ist. Und normalerweise besteht unser Urteil auch nicht immer aus Schwarz-Weiß. Die großen Publisher da draußen können auch richtig gute Sachen auf den Weg bringen. Bloß in diesem Fall muss man wirklich sagen, dass Electronic Arts der Totengräber für so viele exklusive Studios mittlerweile ist, dass ich mich nicht wundern würde, wenn BioWare, nachdem man Anthem vielleicht, du wartest vielleicht auch nächstes Jahr noch auf deinen... Kann passieren, ja. Dass sie dann irgendwann sagen, mir erinnert euch doch sicher, Pandemic, Mythic, wozu brauchen wir noch BioWare? Ja, und vor allem, wenn man dann auch noch bedenkt, es gab, gibt Gerüchte, dass BioWare EA vorgeschlagen hat, einen dritten Teil zu Knights of the Old Republic zu machen. Wir wissen, hatten wir auch schon in Talks thematisiert, dass EA auf der Star Wars Lizenz sitzt und die eigentlich außer für Star Wars Battlefront und ein Handyspiel nicht vernünftig nutzt. Und klar, wenn man jetzt zurückblickt und denkt, okay, welches Team von BioWare hat denen das Wann vorgeschlagen, ist es vielleicht auch besser, dass es nicht rauskam. Trotzdem ist das schon bedenklich, dass wenn so eine coole Marke vorgeschlagen wird, dass ihr dann sagt, nee, ihr macht jetzt Dragon Age und danach Anthem. Das ist schon bedenklich. Also ich habe da auch überhaupt kein Vertrauen in die strategischen Entscheidungen von Electronic Arts, weil die machen so viel Kohle mit Spielen wie Ultimate Team, das eigentlich nur ein Modus ist von FIFA und mit anderen Dingen, die weit ab von dem sind, was mal irgendwann als Qualitätsoffensive ausgerufen worden ist. Und nicht zu vergessen, da war doch noch was mit Star Wars. Das Star Wars Spiel von Amy Hennig. Uncharted-Autorin unter anderem. Sie wurde extra von EA für dieses Spiel engagiert. Dann gab es einen ewig langen Vorentwicklungszyklus, Vorproduktion und so weiter. Und irgendwann wurde das Projekt, das als Solo-Abenteuer konzipiert war, wieder eingestampft, weil EA auf den Trichter kam, wir müssen das zum einen als offenere Welt machen, weil offene Welten sind super in, und wir müssen das als Games-as-a-Service anbieten. Sprich mit Inhalten hier, Inhalten da, alle natürlich möglichst kostenpflichtig und so weiter. Und dieser Games-as-a-Service-Gedanke, der von einigen Publishern durchaus gut umgesetzt wird, der geht für mich bei EA in die falsche Richtung. Diese Enthüllung von den Mitarbeitern, die unter anderem von Jason Schreier zusammengefasst worden sind, der für Kotaku unterwegs ist, die haben dann auch für ein Feedback gesorgt von BioWare und das fiel wie aus. Ja, unter anderem haben sie halt gesagt, haben sich nochmal versucht zu rechtfertigen, für das, wie es wieder gearbeitet wird und so weiter. Und sehr interessant war halt die Aussage, ich zitiere jetzt, wir sehen keinen Sinn darin, uns gegenseitig oder die Arbeit des anderen niederzumachen. Wir glauben nicht, dass Artikel, die das tun, unsere Industrie und unser Handwerk besser machen. Letztlich ist das eigentlich nur so ein mimosenhaftes Verhalten. Ja, wir wissen, dass was falsch läuft, aber sprich es bitte bloß nicht an. Und das ist genau der falsche Weg. Die Sachen müssen angesprochen werden, damit BioWare die Kurve kriegt und vielleicht doch noch wieder mal irgendwann gute Rollenspiele schafft. Ja, bezeichnet ist ja auch das Wort Industrie, genau das ist es geworden. BioWare ist jetzt im industriellen Bereich tätig. Und dann kam ja danach auch noch was, wir berücksichtigen das Feedback unserer Fans und so weiter. Das kann ich auch nicht mehr hören. Ich finde sogar, das ist schlecht, wenn man das, was die Fans wollen, immer wieder berücksichtigt und selber keine Ideen hat. Dann ist man, von allen Seiten her kommen Einflüsse und du bist wie so ein Pinball, der sich mal dahin wendet, jetzt machen wir einen DLC, jetzt machen wir das, jetzt kriegt ihr noch hier was und jetzt machen wir den Hub. Ihr wollt es ja nicht anders. Ihr habt gesagt, ihr wollt es, also kauft es auch. Und da sind wir übrigens wieder bei einem anderen Punkt von EA, dass genau diese Thematik mit diesen Fokusgruppentests und was wollen die Fans und so weiter. Und wir bieten denen genau das, ohne unsere eigene Entwicklungsvision und das, was wir eigentlich mit dem Spiel möchten zu verfolgen, war auch bei dem damals von EA gekauften Bright Future Studio so, das den deutschen Fußballmanager gemacht hat, der dann auch genau basierend auf diesen Geschichten, nachdem sie zu viel auf das Fanfeedback gehört haben, eingestellt und das Studio geschlossen wurde. Starte. Wenn du keine eigene Vision hast, wenn du keine markante Linie hast, dann wirst du auch kein gutes Spiel machen. Viele andere zeigen das. Man kann sehr viel sagen über Hidetaka Miyazaki. Man könnte erzählen über Hideo Kojima oder andere. Aber selbst ohne diese Charakterköpfe gibt es ja auch Studios, wo die Führung so ein bisschen wechselt. Man denke auch an Naughty Dog oder andere Studios. Wo du aber merkst, da ist eine Handschrift und da ist auch eine Tradition über Jahre hinweg. Und die wird auch gepflegt. Die wird nicht einfach nur ins Regal gestellt und ab und zu mal poliert, sondern die wird gepflegt. Vielleicht wäre es für alle Beteiligten besser, wenn Electronic Arts das Studio einfach umbenennt. Statt BioWare irgendwie Industrial Revolution. EA Edmonton oder so. Ja, oder EA, schlag mich tot. EA Canada, keine Ahnung. Dann hätten wir gar nicht mehr diesen Nostalgieschmerz. Und vor allem hätten wir auch nicht den Anspruch. Und man darf auch nicht vergessen, dass was sonst bei diesen Enthüllungen ans Tageslicht kam. Crunch, frustrierte Mitarbeiter, Überstunden also, schlecht bezahlt, Streit zwischen den Studios aber auch. Das ist zwar alles relativ normal in dieser Branche, auf diesem Niveau, aber wenn man das alles zusammennimmt, was da wirklich an fehlender Vision, zu späten Enthüllungen von der Roadmap, also wohin geht es eigentlich, dann ist das schon ein großes Maß an Missmanagement, dass man sich fast wundern muss, dass Anthem noch auf befriedigendem Niveau zumindest bei uns abschneiden konnte. Aber angesichts der Erwartungshaltung, die da draußen an Electronic Arts, als einem der führenden Publisher auch gestellt wird, ist das Ergebnis wirklich schrecklich, schrecklich schwach. Ja, wobei auch EA schon ein bisschen damit gerechnet zu haben scheint, denn es wurde davon gesprochen, dass man als angepeilten Schnitt international irgendwas in den hohen 70ern anstrebe. Und allein das schon in den hohen 70ern ist für ein Bioware-Spiel eigentlich schon viel zu wenig. Ja, ich wünsche jedenfalls Greg viel Spaß mit seiner Brauerei und mit dem Bier. Und Ray wird es wahrscheinlich auch nicht so schlecht gehen. Wie gesagt, die fingen mal an mit einer Software, die Magen-Darm-Probleme aufdecken konnte. Die jetzt vermutlich einige bei EA brauchen könnten. Glaube ich auch, ja.